Ja, hi Leute hier, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wurde jetzt schon öfter gefragt, Wolfgang, wie installiert man jetzt eigentlich Typro 3.12 mit Docker, DDEV, wie funktioniert denn das? Und da das scheinbar immer noch ein bisschen unklar ist, dachte ich, ich mache nochmal ein kurzes Video zu dem Thema, denn so schwierig ist das Ganze eigentlich nicht. Und das schauen wir uns jetzt mal nach dem Intro an. Okay, wenn du Typro 3.12 lokal installieren willst, dann ist die empfohlene Methode zur Zeit Docker und DDEV. Docker ist eine Virtualisierungstechnologie. Vielleicht kennst du von früher solche Sachen wie VirtualBox oder RayGrant oder etwas in der Art. Docker ist anders, aber im Prinzip macht es etwas Ähnliches. Es stellt uns lokal auf dem Rechner zum Beispiel eine Serverumgebung zur Verfügung, ein Web-Server, ein Datenbank-Server oder andere Technologien letztendlich. Und DDEV ist eigentlich nur ein Hilfsmittel, ein Tool, um uns die, ich nenne es jetzt mal, das Zusammenspiel von verschiedenen Docker-Images bzw. eher Docker-Containern zu erleichtern. Also wenn wir jetzt Typro 3.12 mit Docker installieren wollen, dann brauchen wir zum einen einen Web-Server, wir brauchen einen Datenbank-Server. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge. Eventuell brauchen wir noch ein oder zwei andere Sachen, die DDEV aber auch mitbringt. Und das könnte man natürlich auch alles ohne DDEV zusammenstellen und zusammenspielen lassen, aber das ist halt ein bisschen komplizierter und DDEV erleichtert uns das Ganze. Okay, aber jetzt schauen wir uns mal an, was du brauchst, um Docker und DDEV zu nutzen, wo du die Infos dazu findest. Dazu gehe ich jetzt mal auf meinen Bildschirm hier. Und zwar ist dein erster Anlaufpunkt immer ddev.readthedocs.io. Das ist die DDEV-Dokumentation und da steht eigentlich alles drin, was du wissen musst, um Docker und DDEV auf deinem System zu installieren. Deshalb werde ich dir das jetzt in dem Video gar nicht groß zeigen, wie man das installiert, weil das ist alles super gut hier beschrieben, finde ich. Ich habe das auch immer nach dieser Anleitung gemacht. Auch unter Windows habe ich das mal getestet auf einem Windows-Rechner. Ich selber arbeite ja ausschließlich auf Mac-Rechnern. Ich habe das aber auch mal auf Windows getestet mit diesem WSL2 und auch das hat bei mir wunderbar funktioniert. Du findest als erstes hier auf der Startseite die Systemanforderungen. Da guckst du einfach mal durch, ob das bei dir passt. In der Regel sollte das aber auf halbwegs modernen Rechnern kein Problem mehr sein. Traditional Windows weiß ich jetzt nicht und Linux ist sowieso am einfachsten, muss man sagen. Die ganze Technologie ist eine Linux-Technologie letztendlich und auf Linux-Systemen läuft das auch am besten. Ich arbeite halt auf Mac OS, deswegen beziehe ich mich jetzt in allem, was ich zeige auf Mac OS, aber du kannst es auch auf Windows-Rechnern eigentlich nachvollziehen. Du gehst also als erstes mal hier in den Bereich Docker-Installation und hier gehst du in den Bereich deines Betriebssystems und machst einfach, was hier steht. Und jetzt ein kleiner Hinweis, gerade bei Mac OS-Usern. Man kann statt Docker Desktop, das ist die Desktop-Anwendung für Docker, auch Kolima installieren hier. Das ist ein anderes Projekt, was aber das Gleiche letztendlich macht. Kolima hat allerdings keine Desktop-App, wo man die ganzen Einstellungen vornehmen kann, sondern wird ausschließlich über die Kommandozeile bedient. Ich habe das auf zwei Mac OS-Rechnern versucht, die die gleiche Mac OS-Version hatten und auch sonst von der Technik her Prozessor und so weiter ziemlich identisch waren. Das eine waren 16 Zoll und das andere war das kleinere 14 Zoll, glaube ich. Auf dem einen hat es funktioniert, auf dem anderen konnte ich Kolima nicht zum Laufen bringen. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich nutze jetzt also auf dem Rechner, auf dem ich jetzt hier dieses Video auch aufnehme, Docker. Auf einem anderen Rechner habe ich Kolima am Laufen. Keine Ahnung, warum es auf dem einen funktioniert und auf dem anderen nicht, kann ich dir echt nicht sagen. Probier das selber aus. Du kannst dich aber einfach an diese Installationsanleitungen halten. Wenn du Docker nutzen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel per Homebrew installieren. Homebrew ist eine Technologie, die so eine Art Paketmanager für Mac OS bereitstellt, wie man das auch von Linux-Systemen kennt. Oder du kannst es von der Docker-Webseite einfach runterladen. Das geht auch. Also beides möglich. Ich habe, glaube ich, damals die Runterladen-Version hier genommen. Du kannst also hier einfach auf docker.com gehen und lädst dann hier die App für dein Betriebssystem runter. Bei mir wäre das jetzt halt hier für den Apple-Chip. Du kannst auch Intel-Chip, Windows, Linux-Apps runterladen und die einfach ganz normal installieren. Also da ist kein Geheimnis dran. Das installierst du einfach. Und ich würde einfach sagen, befolge die Tipps hier, um das alles zu testen, ob das funktioniert. Unter Windows, wenn du mit WSL 2 arbeitest, da musst du jetzt halt mal schauen. Da würde ich mich einfach auch an die Anleitungen hier halten. Das habe ich auch gemacht. Das hat funktioniert. Wenn du da Fragen hast, dann schreib das gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich es beantworten kann, weil ich bin kein Windows-Nutzer, aber vielleicht kann es jemand anders, der das Video sieht und die Kommentare liest, dann auch beantworten. Oder komm in meinen öffentlichen Discord. Der ist auch verlinkt, wenn du da Probleme hast. Gut, nachdem jetzt also Docker installiert ist auf deinem System, gehst du zum nächsten Schritt. Die DDEV-Installation. Auch die ist sehr gut beschrieben. Für macOS ist das Einfachste, das Ganze per Homebrew zu installieren. Das ist nämlich nur ein Befehl, wie wir hier sehen. Homebrew, das findest du hier. Das kann ich dir auch gerade mal zeigen. Homebrew ist dieser Paketmanager für macOS. Und den kannst du einfach durch diesen Befehl hier auf deinem Terminal oder in deinem Terminal installieren. Also du musst nur eine Terminal-App, die Terminal-App öffnen. Die ist ja bei macOS mit dabei. Oder vielleicht hast du auch iTerm 2 installiert oder irgendwas. Und dann führst du einfach diesen ganzen Befehl hier aus und das war's. Das dauert ein bisschen, da wird einiges runtergeladen. Aber dann ist Homebrew installiert und kann genutzt werden, wie man hier zum Beispiel an diesem Beispiel sieht. Du kannst da mit dem Befehl brew install irgendein Programm installieren. In dem Beispiel hier WGET oder hier halt in dem Fall DDEV. Das sind so, ja, siehst du diese Namenskonventionen. Das sind verschiedene Namen manchmal mit dabei. DDEV aktualisieren kann man dann einfach mit brew upgrade DDEV. Also das ist sehr einfach. Wichtig bei der ersten Installation von DDEV führe anschließend noch diesen Befehl hier aus. mksert-install. Das installiert quasi SSH-Zertifikate, damit auch deine lokale Installation nachher von deinen Projekten, in dem Fall unserem Beispiel jetzt von TYPO3, nachher mit SSL verschlüsselt wird. Also diese Befehle einfach ausführen. Wobei das Brew upgrade brauchst du, glaube ich, bei der ersten Installation nicht machen. Glaube ich mal zumindest. Aber ich würde einfach empfehlen, mach die Schritte so, wie sie hier stehen. Das Install-Script ist eine andere Alternative. Brauchst du jetzt nicht unbedingt, wenn du mit Homebrew arbeitest, was ich empfehlen würde. Unter Linux ist das Ganze ja ein bisschen einfacher, je nachdem. Also du siehst, hier sind ein paar mehr Befehle notwendig. Je nachdem, was für eine Distribution du auch nutzt. Aber funktioniert auch sehr gut. Habe ich auch schon mal getestet. Und unter Windows, da sind tatsächlich ein paar mehr Schritte notwendig. Je nachdem, ob du jetzt mit WSL 2 arbeitest oder nicht. Aber, wie gesagt, führ die einfach Schritt für Schritt durch. Entscheide dich, welche Version du hier nutzt. Docker Desktop oder dieses Docker Insight. Und führ dann die Schritte einfach so durch, wie es hier steht. Das hat bei mir problemlos funktioniert. Bei meinem einzigen Test mit Windows. Wenn Docker und DDEV dann installiert sind, dann kannst du die Docker-App starten. Und ich zeige dir mal, wie das bei mir jetzt hier aussieht. Die läuft bei mir jetzt hier schon. Das ist bei mir jetzt die Oberfläche von Docker. So sieht das bei mir auf dem Mac aus. Es kann sein, dass es auf Windows oder auf Linux ein bisschen anders aussieht. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber prinzipiell, sobald du Docker startest, wenn du also die Docker-Desktop-App nutzt, taucht hier dieses Fenster auf. Und das Einzige, was du mal machen musst, ist vielleicht am Anfang in die Einstellungen reingehen. Das ist das Zahnrad-Symbol hier oben. Und was ich hier umgestellt habe, wobei das jetzt auch sein kann, dass das nicht die perfekte Einstellung ist. Bei mir funktioniert es halt so, dass ich hier dieses File-Sharing-Implementation auf VirtueFS umgestellt habe. Obwohl das in der Dokumentation tatsächlich nicht unbedingt empfohlen wird, habe ich jetzt von anderen Anwendern gehört, dass das hier tatsächlich ein bisschen performanter ist. Ich habe das dann testweise mal umgestellt, hatte damit keine Probleme. Also da musst du einfach vielleicht mal testen, ob das bei dir funktioniert. Unter Resources, da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, was du für einen Rechner hast. Also ich habe jetzt hier mal für Docker vier CPU-Kerne freigegeben. Speicher hätte ich in diesem Rechner hier 16 GB. Ich habe jetzt 6 GB für Docker reserviert sozusagen. Wenn du mehr Speicher hast, 32 GB, 64 GB, kannst du natürlich auch mehr RAM für Docker hier freigeben. Und das Swap-File hier, also so ein Datenaustausch, da wundert mich das gerade, dass ich das auf 512 hatte. Ich dachte, ich hätte das mal auf 0 gestellt, aber ist okay. Interessant ist vielleicht hier dieses Virtual-Disk-Limit. Das ist bei mir jetzt hier auf 85 GB eingestellt. Docker braucht auch so eine Art virtuelle Festplatte. Die ganzen Images, Container müssen ja irgendwo gespeichert und ausgeführt werden. Und das ist das hier. Du kannst die Größe aber jederzeit erhöhen. Ich glaube, verkleinern ist schon ein bisschen schwieriger, aber vergrößern kann man es jederzeit. Das kann man hier anpassen. Da muss man Docker neu starten und dann ist diese virtuelle Festplatte, ja, hat dann mehr Platz. Du musst es ein bisschen im Auge behalten, beziehungsweise Docker behält es im Auge, wenn hier der Platz mal eng werden sollte. Und je nach Größe deiner Festplatte, je nach verfügbarem Speicherplatz auf deiner Festplatte, kannst du das natürlich hier entsprechend einstellen. Hängt natürlich auch von den Projekten ab, die du nutzt oder was du damit machst. Bei mir hat das bisher locker ausgereicht. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, gar nichts weiter groß eingestellt. Das ist alles hier auf Standard, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich muss gerade nochmal durchgucken. Ne, das passt eigentlich soweit alles. Ich dachte, es gäbe noch irgendwo eine Einstellung bezüglich Docker Compose, aber die finde ich jetzt nicht mehr. Vielleicht war das auch in früheren Versionen nur notwendig. Ne, dann passt das soweit im Prinzip. Wenn wir hier gucken. Ne, alles soweit. Alles soweit, okay. Gut, Docker läuft jetzt. Das sehe ich bei mir. Hier ist dieser Button hier grün. Man sieht das auch in den meisten Rechnen in der Taskleiste. Sieht man jetzt hier in der Bildschirmaufzeichnung nicht. Noch ein kleiner Tipp zur Performance von DDEV. Da gehen wir mal hier in die Dokumentation rein. Für macOS und ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, ob das für Windows auch ist. Genau. Für macOS und Windows ist dieses Mutagen hier empfohlen. Das gibt einen richtigen Performance-Schub nachher. Das kannst du global aktivieren, indem du auf der Shell einfach diesen Befehl hier ausführen lässt. Man kann das aber auch global ausgeschaltet lassen und nur auf Projektebene aktivieren. Das geht auch. Aber das würde ich dir empfehlen zu aktivieren hier. Wenn es Probleme bei dir geben sollte, habe ich von manchen jetzt schon selten gehört. Also wirklich in seltenen Fällen kannst du das auch wieder mit Disabled dann auch wieder global ausschalten, wenn es bei dir irgendwelche Probleme machen sollte. Also Docker und DDEV läuft jetzt. Und jetzt wollen wir TYPO3.12 installieren. Dazu gehe ich mal auf die Website gettypo3.org und da findest du ja alle Informationen, die du brauchst, um TYPO3.12 zu installieren. Ein Blick in die Systemanforderungen. PHP 8.1 ist also Minimum. Das ist nachher relevant, wenn wir unsere lokale Entwicklungsumgebung mit DDEV aufsetzen. Datenbanksystem MariaDB 10.3 oder MySQL 8 aufwärts jeweils. Das kann man auch in DDEV sehr einfach einstellen. Moderner Browser, davon gehe ich mal aus. Und den Rest brauchen wir uns gar nicht so genau anschauen, denn das macht DDEV eigentlich schon ganz gut. Da müssen wir nur wenig anpassen. Wenn wir jetzt hier auf getversion12 gehen, dann finden wir hier jetzt mehrere Möglichkeiten, TYPO3 zu installieren. Die erste ist auch gleich hier Setup a new project via DDEV and Composer. Das ist genau das, was wir machen wollen. Du siehst hier aber auch noch andere Methoden, die klassische über wget oder du kannst ja tatsächlich auch ein Target Set oder SIP Archiv runterladen. Das ist der sogenannte klassische Weg, wo du dann mit SimLinks arbeiten musst. Ich werde mich jetzt aber hier auf DDEV und Composer natürlich beschränken. Wenn wir das mal anschauen hier, dann findest du hier ein paar Befehle, die du im Prinzip so ausführen kannst. Du kannst also im Terminal, in der Shell, auf deinem Rechner irgendwo ein Verzeichnis anlegen. Das Verzeichnis sollte also leer sein. Du kannst dann einfach nacheinander hier diese Befehle ausführen. Dieser DDEV Config Befehl, der legt sozusagen die Konfiguration für ein DDEV Projekt an. Und dem können wir auch ein paar Parameter gleich mitgeben. Zum Beispiel, dass es ein TYPO3 Projekt ist oder dass der sogenannte Document Root der Ordner Public ist. Der wird dann auch gleich erzeugt hier mit diesem Befehl. Und wir setzen die PHP-Version auf 8.1 fest mit diesem Befehl hier. Dann wird über DDEV Composer Create ein Composer-Projekt erzeugt. Und zwar hier von diesem Paket TYPO3.CMS-Basedistribution. Und hier wird auch die Mindestversion 12.4 festgelegt. Danach wird es installiert. Dann muss DDEV einmal neu gestartet werden. Das hängt mit einer Änderung in TYPO3.12 zusammen, was die Dateien Local Configuration und Additional Configuration betrifft. Dann wird die Installation vorbereitet mit dieser First-Install-Datei. Und dann wird DDEV im Browser gestartet, beziehungsweise das DDEV-Projekt. Das kannst du alles so machen. Ich mache das ein bisschen anders. Und den anderen Weg möchte ich dir jetzt auch zeigen, weil da musst du einfach nur Copy-Pasten in einem leeren Verzeichnis. Also das ist kein Geheimnis. Einfach nur Copy-Paste die Befehle ausführen. Ich gehe ein bisschen anders vor, wie gesagt. Und zwar hier wird ja diese sogenannte Base-Distribution verwendet. Das ist ein, ich nenne es jetzt mal, Meta-Paket, wo gewisse TYPO3-Pakete definiert sind. Was soll denn mit installiert werden? Das passt aber oft nicht zu dem, was ich möchte. Also ich möchte selber in der Hand haben, welche TYPO3-Pakete mit installiert werden. Vielleicht möchte ich auch gleich ein oder zwei zusätzliche Extensions installieren. Und deshalb mache ich das nicht auf diese Art, sondern ich gehe hier im Menü auf den Composer-Helper. Und hier kann ich mir quasi zusammenklicken, welche TYPO3-Pakete, welche System-Extensions ich installieren möchte. Das kann ich hier manuell mir zusammenklicken und sehe dann hier oben, wird der richtige Composer-Befehl auch gleich erzeugt sozusagen. Du hast hier auch solche Presets, Full, Minimal und Default. Wenn ich Full anklicke, dann wird mir eben alles hier zur Installation angeboten. Bei Minimal nur das Minimalsystem, damit TYPO3 überhaupt funktioniert, damit ich ins Backend komme. Da ist aber noch nichts dabei, was zum Beispiel irgendwie hilfreich ist bei der Frontend-Ausgabe. Also Fluid-Styled-Content zum Beispiel als System-Extension ist hier gar nicht mit dabei. Und TYPO3-Default, das ist so das, was man auch kriegt, wenn man zum Beispiel das Target-Set oder SIP-Archiv runterlädt. Da sind halt dann einige Extensions nicht mit dabei, zum Beispiel die Frontend-Login-Extension oder die Advanced-File-Metadata, Index-Search und so weiter. Da musst du jetzt eventuell selber entscheiden, was du brauchst in deinem Projekt oder was du nicht brauchst. Kann man natürlich jetzt als Einsteiger schlecht entscheiden, sage ich mal, wenn man sich noch gar nicht mit dem System auskennt. Deshalb würde ich dir an der Stelle empfehlen, nimm einfach Full, dann hast du alle System-Extensions und kannst die aber jederzeit auch später wieder deinstallieren, wenn du merkst, okay, die brauche ich gar nicht. Aber für den Anfang einfach mal Full und dann mit der Zeit wirst du lernen, was du brauchst und was nicht. Du kannst auch die TYPO3-Version hier noch ändern. Du siehst also, du kannst hier bis TYPO3.8 sogar runtergehen. Das sind natürlich nicht die ELTS-Versionen, die du jetzt hier installieren kannst. Die sind ja kostenpflichtig, aber du kannst hier die neueste oder die letzte frei verfügbare Version sozusagen hier installieren. Wenn wir das jetzt hier mal umstellen auf 9, dann wird jetzt halt hier die letzte frei verfügbare Version von 9.5 installiert. Das ist aber nicht die ELTS-Version. Es sei denn, du hättest hier Zugriff auf das kostenpflichtige ELTS-Repository. Das nur als kleiner Hinweis. Wir bleiben jetzt natürlich bei TYPO3.12 und den Befehl brauchen wir nachher. Jetzt werde ich allerdings erst mal ein Terminal-Programm hier starten, um dir das mal zu zeigen, wie ich jetzt hier vorgehen würde. Das ist jetzt mein Terminal auf meinem MacBook, also im lokalen Rechner. Als erstes lege ich jetzt ein leeres Verzeichnis an, beziehungsweise ich gehe in ein Unterverzeichnis. Das nennt sich bei mir HT-Docs. Da habe ich alle meine Projekte drin. Das ist aber optional. Und werde jetzt hier mit dem Befehl MK-DIR ein neues Verzeichnis anlegen. Das nenne ich jetzt einfach mal TYPO3.12-Demo. Wechsle da rein und wir sehen, das ist jetzt leer. Und jetzt werde ich diesen DDEV-Config-Befehl als erstes ausführen. Du siehst schon mal, mir wird hier jetzt noch eine Autovervollständigung vorgeschlagen. Da gehe ich gleich drauf ein. Ich lasse jetzt als erstes mal DDEV-Config ohne weitere Parameter ausführen und werde jetzt gefragt nach dem Projektnamen. Der Projektname ist nachher Teil der URL, über das dieses lokale Projekt im Browser aufrufbar ist. Und das ist standardmäßig einfach der Name des Verzeichnisses, in dem ich jetzt gerade bin. Also es ist über 3.12-Demo. Kann ich mit Enter bestätigen oder einfach einen anderen Namen hier eintippen. Dann Document-Root. Also was ist nachher das Verzeichnis, das im Browser aufgerufen wird, sozusagen, wenn ich die URL im Browser öffne. Das Verzeichnis, wo die Index-PHP liegt, ist jetzt hier momentan das Current-Directory. Werde ich mal bestätigen jetzt alles. Und du siehst schon, hier können jetzt verschiedene Projekttypen auch unterstützt werden. Da ich jetzt noch nichts weiter vorbereitet habe, ist jetzt hier Projekttyp PHP. Das heißt, ich kann jetzt auch ganz normal irgendwelche PHP-Applikationen entwickeln, wenn ich das möchte. Werde ich jetzt einfach mal bestätigen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Jetzt wurde nämlich hier ein Verzeichnispunkt DDEV angelegt. Und wenn wir da mal reingehen, ist jetzt hier auch einiges passiert. Das Einzige, was uns aber in diesem Verzeichnis momentan interessiert, ist die Datei config.yaml. Das ist eine Textdatei im YAML-Format. Und das ist eben die Konfiguration für dieses eine Projekt. Wenn wir uns die jetzt mal hier anschauen, dann sehen wir jetzt hier einige Parameter. Zum Beispiel eben den Namen, den Projekttyp, den Document-Root. Ich sehe auch PHP-Version. Aha, ist 8.0 standardmäßig. Würde also jetzt schon mal nicht passen. Der Web-Server-Typ ist Nginx. DDEV unterstützt Nginx und Apache. Wir werden nachher Apache nutzen, da das in der Regel der Server ist, der auf den meisten echten Servern oder Hardware-Servern genutzt wird. Und wir sehen noch einige weitere Parameter, auf die werde ich jetzt nicht so eingehen. Das brauchen wir jetzt für diesen ersten Schritt auch noch gar nicht. Die Dokumentation möchte ich noch erwähnen hier unten. Du siehst hier zum Beispiel, welche PHP-Versionen bei DDEV unterstützt werden. Das fängt an bei Version 5.6 und geht dann eben hoch bis 8.2 momentan. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos. Kann auch sein, dass wenn du das Video jetzt ein paar Wochen oder Monate später siehst, dass hier schon vielleicht PHP 8.3, 8.4, keine Ahnung, was von der PHP-Version noch unterstützt wird. Gut, ich gehe aber jetzt hier nochmal raus und werde das alles nochmal löschen. Denn für Turbo 3 möchte ich das ein bisschen anders machen. Ich lösche jetzt also nochmal komplett dieses DDEV-Verzeichnis und mein Ausgangsverzeichnis ist jetzt wieder leer. So, ich fange jetzt nochmal an. Und zwar habe ich mir ein Kürzel definiert hier auf dem Mac. Das führe ich mal kurz aus. Und jetzt siehst du, wird hier ein Befehl mir ausgegeben, den ich so ausführen möchte. Und zwar DDEV-Config. Aber ich kann ja jetzt über diese ganzen Parameter schon ein paar Einstellungen vornehmen. Ich sage jetzt zum Beispiel, okay, für das Projekt möchte ich Mutagen aktivieren. Ist bei mir zwar global aktiviert, ich mache das aber trotzdem ganz gerne in die Config YAML rein. Falls ich diese YAML-Datei mal an jemanden weitergebe, der auch das gleiche Projekt bei sich installieren möchte und Mutagen nicht global aktiviert hat, könnte man so zum Beispiel machen. Dann PHP-Version habe ich hier auf 8.1 standardmäßig festgelegt bei diesem Befehl. Ich möchte jetzt hier MariaDB in Version 10.7 nutzen. Der Projekttyp ist TYPO3. Ich setze hier die Timezone für den virtuellen Server fest auf Europe Berlin. Das sorgt eben dafür, dass in meinem virtuellen Server die gleiche Uhrzeit, das gleiche Datum ist wie auf meinem normalen MacBook. Dass das synchron ist. Ansonsten kann es hier Abweichungen geben. Über diesen Parameter WebImageExtraPackages installiere ich noch ein paar Linux-Pakete, die ich oft brauche in TYPO3-Projekten, zum Beispiel GraphicsMagic für die Bildverarbeitung. Und diese drei Tools hier, PopularUtils, CatDoc und UnRTF, die installiere ich einfach, falls ich zum Beispiel Suchextensions wie die IndexSearch nutzen will. Das liefert nämlich Tools mit, um dann zum Beispiel PDF-Dateien zu indexieren oder Word-Dokumente und diverse andere Sachen. Also das braucht man, wenn man IndexSearch zum Beispiel nutzt. Den WebServerType lege ich auf Apache hier fest. Der DocumentRoot soll der Ordner Public sein. Das ist in einer TYPO3-Composer-Installation der Standard. Und ich sage hier auch mit diesem CreateDocRoot, lege diesen Ordner bitte gleich an jetzt. Die Composer-Version lege ich auf Version 2 fest. Man könnte auch mit Composer1 arbeiten bei DDEV. Composer2 ist allerdings Standard eigentlich. Ich glaube, ich bräuchte diesen Parameter hier gar nicht angeben, weil Version 2 als Standard festgelegt ist. Und das hier ist auch ganz cool. Ich kann Umgebungsvariablen setzen über den Parameter WebEnvironment. Und hier setze ich den TYPO3-Kontext, also den Application-Kontext, auf den Development-Modus, also Entwicklermodus. Das hat diverse Vorteile. Lokal ist mein System dann im Development-Modus. Das kann ich zum Beispiel im Typoscript dann abfragen. Es gibt diverse Methoden, wo das dann nützlich ist, dass ich zum Beispiel Komprimierung von CSS, JavaScript und so weiter ausschalte im Development-Kontext, aber auf dem Live-System ist es dann automatisch aktiv und ein paar andere Kleinigkeiten, die man dann nutzen kann. So, den Befehl lasse ich jetzt einfach mal ausführen mit Enter. Und jetzt werde ich nicht gefragt nach diesen ganzen Parametern wie gerade eben. Er fragt mich jetzt nicht, wie soll das Projekt heißen, was für ein Projekttyp und so weiter, weil ich das ja alles hier schon vorgegeben habe quasi. Und jetzt ist ein bisschen mehr passiert. Jetzt wurde hier neben dem Ordner DDEV auch ein Ordner Public angelegt. Und wenn wir uns jetzt nochmal die YAML-Datei anschauen, dann sehen wir jetzt hier diese ganzen Angaben, die ich in diesem Befehl drin hatte. Wir sehen, PHP ist 8.1, Apache wird genutzt. Hier habe ich diese Extra Packages, Kontext und so weiter. Also das ist das, was ich in der Regel nutze. Passe ich ab und zu mal an natürlich, wenn ich jetzt mit PHP 8.2 arbeiten möchte, dann kannst du das einfach natürlich jederzeit ändern und DDEV neu starten. So, ich gehe nochmal raus und werde jetzt ein DDEV Start ausführen. Jetzt wird das DDEV Projekt hochgefahren. Das dauert dann ein bisschen. Und wenn du das das allererste Mal ausführst, kann es auch sein, dass es eine Weile dauert. Jetzt muss ich hier nochmal ein Admin-Passwort eingeben, da in der Hosts-Datei in der Lokalen eine Anpassung oder eine Ergänzung vorgenommen wird, damit nachher der Aufruf der lokalen Domain funktioniert. Wie gesagt, beim ersten Mal kann das ein bisschen länger dauern. Es kann auch sein, dass DDEV jetzt einige, beziehungsweise Docker, besser gesagt, einige Docker-Images runterlädt, damit der Apache-Server die MySQL- beziehungsweise MariaDB-Datenbank funktioniert und so weiter. Das kann je nachdem ein paar Minuten dauern, je nachdem, wie schnell dein Internet ist. Wir warten das jetzt einfach kurz hier ab, bis dieser Prozess fertig ist. Bei mir lädt er jetzt nichts runter, weil ich das schon habe auf meinem Rechner. Deshalb sollte das eigentlich relativ schnell gehen. Okay, jetzt wurde das Projekt gestartet. Da sehen wir jetzt hier im Terminal nichts, aber wir machen jetzt einfach mal weiter und installieren jetzt TYPO3. Jetzt gehe ich nochmal in den Browser und ich hatte ja gesagt, ich möchte TYPO312, diese Full-Variante hier haben und kopiere mir einfach diesen Befehl hier oben, dieses Composer Require, in mein Clipboard, in die Zwischenablage. Gehe wieder aufs Terminal und wenn ich jetzt diesen Befehl einfach so einfügen würde, würde das tatsächlich nicht funktionieren. Das müssen wir jetzt innerhalb von DDEV ausführen lassen. Deshalb schreibe ich jetzt DDEV und dann Command oder Steuerung V, füge diesen Befehl ein. Das Ganze muss also heißen DDEV Composer Require und jetzt lasse ich das alles ausführen. Auch das kann jetzt ein bisschen dauern. Bei mir geht es jetzt relativ schnell, weil ich das alles schon im Cache habe. Wenn du das das erste Mal machst, dann werden natürlich diese ganzen Pakete runtergeladen. Das dauert dann ein paar Sekunden. Machen wir einfach mal weiter. Ich muss diese Abfrage jetzt hier mit Yes bestätigen. Diese auch. So und jetzt läuft die Installation. Wie gesagt, beim ersten Mal dauert das ein bisschen länger. Bei mir geht es jetzt relativ schnell. So und jetzt müssen wir ein DDEV Restart machen. Warum, erkläre ich dir gleich. Das ist aber ein wichtiger Schritt, den nicht vergessen. DDEV Restart fährt quasi das Projekt runter und startet es nochmal neu. Und das ist wichtig, damit DDEV die verwendete Turbo 3 Version erkennt und sich entsprechend konfiguriert, sage ich mal. Es gibt nämlich in Version 12 von Turbo 3 eine Änderung. Die Konfigurationsdateien, wo zum Beispiel die Zugangsdaten zur Datenbank liegen, die liegen nicht mehr im Ordner Turbo 3.conf und heißen auch nicht mehr Local Configuration, sondern Additional Configuration, sondern die liegen jetzt im Ordner Config System, also zumindest in Composer Installation und heißen Settings und Additional PHP. Und DDEV legt eine entsprechende Datei an, damit das System mit der Datenbank aus dem Docker-Container kommunizieren kann. Wir sehen jetzt hier auch, der Container wurde gestartet. Turbo 3 scheint noch nicht installiert worden zu sein. Es fehlt noch die Settings PHP im Ordner Config System Settings. Ja, das ist richtig. Aber DDEV hat jetzt die Additional PHP für die Datenbankverbindung angelegt. Und das funktioniert eben nur durch diesen Restart. Wenn ich jetzt ein Turbo 3.11 oder älter installiert hätte, dann hätte er nicht die Additional PHP angelegt, sondern die Datei Additional Configuration PHP im Ordner Turbo 3.conf. Das ist eben wichtig, damit die richtige Konfigurationsdatei angelegt wird. So, und jetzt können wir das Ganze mal starten. Wenn ich jetzt DDEV Launch ausführe, wird einfach das Projekt im Browser gestartet. Und wir sehen, das funktioniert jetzt noch nicht. Das ist auch der Hinweis, den wir vorhin gesehen haben. Denn bei der ersten Installation brauchen wir diese Datei First Install im Document Hoot. Und das ist dieser Befehl, den ich jetzt noch ausführen muss. DDEV exec touch public first install. Das heißt, damit lege ich eine Datei mit dem Namen First Install im Ordner Public an. Lass ich auch ausführen. Die muss keinen Inhalt haben. Die muss einfach nur da sein. Und zwar mit exakt diesem Namen. Also nicht irgendwas mit Kleinschreibung, sondern so wie wir es hier jetzt geschrieben haben. Gehe nochmal im Browser, lasse hier nochmal neu laden. Jetzt sehe ich, aha, no problems detected. Continue. Ich werde nicht nach der Datenbank gefragt, nach den Datenbank Zugangsdaten, weil das steht ja in der Additional PHP. Und kann jetzt hier meinen Benutzernamen eingeben und ein Passwort. Da muss man ja auch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken, als in älteren TYPO3-Versionen. Es gibt in TYPO312 auch Passwort Policies. Also wie sicher muss ein Passwort sein? Kann ja optional jetzt nochmal eine E-Mail-Adresse hinterlegen und kann dem Ganzen auch einen Namen geben. Continue. Dauert dann wieder einen Moment. Und jetzt wurde TYPO3 installiert. Ich kann mich jetzt noch entscheiden, möchte ich eine leere Startseite mit einem bisschen rudimentären Typescript erstellen oder möchte ich einfach direkt ins Backend. Ich wähle immer diese Option hier und kann mich jetzt mit dem Benutzernamen und dem Passwort, das ich gerade eben vergeben habe, hier einloggen. Und jetzt ist TYPO312 installiert und ich kann damit beginnen, mein Projekt lokal einzurichten. Und das ist eigentlich alles. Wenn ich irgendwann fertig bin, dann kann ich DDEV natürlich auch wieder runterfahren, also das Projekt runterfahren mit DDEV Stop, kann dann den Rechner ausschalten und am nächsten Tag einfach mit DDEV Start wieder hochfahren und kann exakt an der Stelle weiterfahren, an der ich am Tag davor aufgehört habe. Das ist eigentlich alles und hat jetzt doch ein paar Minuten gedauert, weil ich sehr viel jetzt erklärt habe. Aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann ist TYPO312 auf die Art und Weise in, ich sage mal, zwei bis drei Minuten installiert, weil dann muss ich nicht so viel labern. Dann machst du Copy-Paste, fügst dir die Befehle ein, die du brauchst und dann ist das super schnell installiert. Man kann es sogar noch ein bisschen verschnellern im Prinzip, indem man sich vielleicht die TYPO3-Konsole dazu installiert gleich und dann die Installation direkt auf der Shell ausführt. Auch das geht. Man kann das Ganze sogar über vielleicht ein kleines Skript automatisieren, dann geht es noch schneller. Also ist sehr einfach und funktioniert problemlos. Nutze ich jetzt seit einigen Jahren diese Technik, kann ich nur empfehlen. Und wenn du Fragen hast, schreib das gerne in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, probiere es einfach mal aus, ob das bei dir funktioniert. Es funktioniert bei den meisten, also wenn irgendwas bei dir nicht funktioniert, dann sitzt das Problem vielleicht vor dem Rechner, muss man leider so sagen. Aber du kannst dir fragen, wenn irgendwas unklar ist. Gut, jetzt würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn dir das Video gefallen hat und wenn du den Kanal abonnierst, wäre auch ziemlich cool und dann sehen wir uns vielleicht in einem zukünftigen Video. Mach's gut. Bis dann.